Samstag, 25. August 2018 Arthur 4 Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren. Bei seinen arbeitsrechtlichen Schritten in der Diesel-Affäre misst der Volkswagen-Konzern laut beteiligten Anwälten mit zweierlei Maß. So wolle VW etliche von der Staatsanwaltschaft Braunschweig beschuldigte Techniker und Mitarbeiter des mittleren Managers vor die Tür setzen. Einige Schlüsselfiguren blieben hingegen unbehelligt. Mehr dazu im Spiegelheft 35-2018 Wer darf rein? Die richtige Flüchtlingspolitik, ein Plädoyer Digitale Ausgabe senkrechter Strich gedruckte Ausgabe senkrechter Strich absenkrechter Strich Abo Zu ihnen zählt ein früherer Topmanager, dem die Softwareentwicklung unterstellt war. Er gehörte in Deutschland zu den ersten Beschuldigten, zu dem dürfte er weitreichende Kenntnisse haben, Wer bei VW involviert war, die Betrugssoftware zu erstellen und zu beauftragen. Anwälte vermuten, dass man ihn genau aus diesem Grund weiter beschäftigt. VW liefe sonst Gefahr, dass der Software-Spezialist seine intimen Kenntnisse in einem Gerichtsprozess ausbreitet. Ebenfalls unbehelligt blieb bisher der Topmanager bei VW, der früher für Motor, Kupplung und Getriebe zuständig war, obwohl auch er zu den Beschuldigten zählt. Er erhielt nach Aufliegen der Diesel-Affäre nicht nur einen neuen Posten bei VW, sondern wurde sogar mit der Aufarbeitung der Affäre im Zusammenspiel mit den Behörden betraut. Beide Manager wollen sich mit Blick auf das laufende Verfahren nicht äußern, ähnlich wie ihr Ex-Chef Martin Winterkorn. Der erfreut sich nach wie vor bei VW besonderer Wertschätzung. Winterkorn erhält eine Bursion in Höhe von etwa 3000 Euro täglich plus Dienstwagenregelung. VW bestätigt die Prüfung arbeitsrechtlicher Schritte, äußert sich aber nicht zu den laufenden Verfahren. Für Ärger sorgte bei einigen Anwälten außerdem, dass die Namen einiger von Kündigung bedrohter Mitarbeiter bereits Mitte vergangener Woche unter Journalisten kursierten, noch bevor die Betroffenen von VW-Juristen überhaupt angehört wurden. Dieses Thema stammt aus dem neuen Spiegel-Magazin, am Kiosk erhältlich ab Samstagmorgen, und immer freitags bei Spiegel Plus, sowie in der digitalen Heftausgabe. Was im neuen Spiegel steht, erfahren Sie immer samstags in unserem kostenlosen Newsletter die Lage, der sechsmal in der Woche erscheint. Kompakt, analytisch, meinungsstark, geschrieben von der Chefredaktion oder den Leitern unseres Hauptstadtbüros in Berlin.